Mein Name ist Bettina Pirka. Ich habe mich bis jetzt überhaupt nicht in der Politik eingebracht und bin jetzt politische Quereinsteigerin. Wählen bin ich zwar gegangen, aber war nie bei einer Partei. Jetzt reicht es mir. Mir reicht die Chancenlosigkeit, mir reicht die Bildungspolitik, mir reicht das ganze Elend. Deswegen setze ich mich ein. Deswegen will ich ein Zeichen setzen gegen die eingesessenen Parteien. Gegen die, die uns unsere Zukunft wegnehmen. Also bitte, jetzt wählen und wählt mich.